Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video. Heute soll es mal um das Thema Netflix gehen, wie im letzten Video auch angekündigt. Heute picke ich mal eine spezielle Aktie raus. Die picke ich aus dem Grund raus, weil das natürlich ein Highflyer der letzten Jahre war und die Aktie dermaßen eingebrochen ist. Und ich denke, das verlangt jetzt einen kleinen Blick auf die Aktie. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Zunächst ein bisschen Chart und im Folgenden dann Fundamentales. Und natürlich auch, wie sieht denn der Markt insgesamt für Streaming-Anbieter aus. In diesem Sinne wünsche ich wieder viel Spaß mit diesem Video und zunächst natürlich wie immer der Risiko-Anweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und konto ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Dann schauen wir uns doch einfach mal einen Charter an. Also die Aktie kommt von irgendwas knapp 700, 600, 700 Dollar und ist mittlerweile bei unter 200 Euro angekommen, beziehungsweise knapp um die 200 Dollar noch immer. Und ja, das ist ein Rückgang von knapp 70 Prozent, was natürlich Wahnsinn ist bei so einer Aktie. Gerade, da das ja ein Börsenliebling der letzten Jahre war, hat auch einen riesen Gap reingerissen, das bis jetzt noch immer nicht geschlossen wurde. Also es ist eine ganz interessante Konstellation. Das Volumen ist dementsprechend auch nach oben gegangen. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal Netflix ein bisschen näher an. Warum wurde denn letztendlich die Aktie so dermaßen und extrem abgestraft? Das Problem an Netflix ist, oder auch der Vorteil, dass sie eine Wachstumsaktie ist, die Aktie hatte immer ein relativ hohes KGV, was ja eben nicht ganz so tragisch ist bei Wachstumsaktien. So, Netflix war ja bisher auch ein Wachstumsunternehmen und gerade 2020, 2021 mit der ganzen Corona-Thematik, wo die Leute zu Hause gesessen sind und haben eben Streaming geguckt, war das ja ganz nett, sagen wir es mal so, und war gerechtfertigt in irgendeiner Weise. Und wo ist jetzt das Problem entstanden? Warum wurde Netflix so abgestraft? Es gab Prognosen zum Abo-Wachstum und das ist auch von Jahr zu Jahr deutlich gewachsen und es ist das erste Mal seit Aufzeichnung eben, dass Netflix nicht mehr wächst, sondern eben sogar mit einem Rückgang zu kämpfen hat. Das hängt zum einen damit zusammen, da man eben sich aus dem russischen Markt zurückgezogen hat, da hat man einige hunderttausend Abonnenten verloren, ich glaube knapp siebenhunderttausend waren es. Und wenn man die jetzt noch wegrechnet hat, hat sogar Netflix ein minimales Wachstum, glaube ich, immer noch erreicht, wenn ich mir da ganz irre, aber das ist eben trotzdem enttäuschend ausgefallen, was sonst wächst. Ich glaube, Netflix ist sonst immer um die 20 Millionen gewachsen an den Abos und mittlerweile, wie man sehen kann, hat Netflix ja über 200 Millionen Abos, was natürlich Wahnsinn ist. Und ja, das Wachstum kommt jetzt zum Stagnieren, es stoppt, geht sogar rückläufig. Das ist natürlich nicht gut für eine Wachstumsaktie, weil die Fantasie nach dem Wachstum einfach verloren geht. Schauen wir uns aber grundsätzlich mal die Aktie an. Also grundsätzlich steht die Aktie gar nicht mal so schlecht da. Die Umsatzerlöse sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, das ist die blaue Linie. Das Ergebnis pro Aktie ist ebenfalls gestiegen. Und ja, und das KGV ist eben seit Jahren immer weiter rückläufig, da eben die Gewinne pro Aktie eben immer weiter steigen. Also fundamental schaut es eigentlich gar nicht schlecht um die Aktie aus. Das Problem dieser Aktie besteht eher darin, im Vergleich zum Beispiel zu den Konkurrenten, die Produktionen sind relativ teuer. Ja, ja, und eben, man hat eben auch jetzt diese hohen Gewinne ausgewiesen, eben wegen Corona, da man eben in dieser Zeit keine neuen Filme oder Serien drehen konnte mit so einer extrem hohen Qualität. Und deswegen hat man da eben mal richtig Cash generieren können, weil eben kein großes neues Angebot hinzugekommen ist. Das ist aber auch irgendwo ein bisschen gerade die Krux von Netflix. Netflix, die großen neuen Blockbuster eben für Netflix, die fehlen aktuell, wodurch eben Netflix ein bisschen an Attraktivität verloren hat. Auch muss man feststellen, Netflix ist verhältnismäßig teuer im Vergleich zur Konkurrenz, wenn man da zum Beispiel Apple nimmt, Amazon oder auch Disney, ja, und hat aber ein relativ kleines Portfolio nur. Also wenn man sich jetzt überlegt, Disney ist ein schönes Beispiel, die haben über Jahrzehnte ein riesen Portfolio aufgebaut, wie sie mit ihrer Streaming-Plattform online gegangen sind, haben sie natürlich gleich viele große Filme präsentieren können. Netflix hat kein so großes Portfolio. Der Vorteil natürlich an so einer Streaming-Plattform ist natürlich, wenn man das mal abgedreht hat, kann man das natürlich über Jahrzehnte immer wieder verwenden, die Inhalte, die man immer einmal erstellt hat. Aber die Konkurrenz hat einfach deutlich mehr und größere Portfolios. Problem ist eben an Netflix auch, die können sich nicht quer subventionieren. Also Amazon mit Amazon Prime, die haben natürlich ihren Shop, weil natürlich, so können sie Prime quer subventionieren. Auch fehlt Netflix das Sportangebot, was natürlich sehr teuer ist, für so eine Champions-League-Lizenz zum Beispiel kann es unter Umständen mehrere hundert Millionen, kann man da zahlen, beziehungsweise sogar eine Milliarde und noch mehr. Und das Geld hat Netflix einfach nicht. Und deswegen ist die Frage, es fehlt ein bisschen die Fantasie, wo soll in Zukunft, wenn es weiter ein Wachstumswert bleiben soll, ja, die Abos, wo sollen die neuen Abos herkommen? Schaut ihr so aus als Stagniertes oder geht rückläufig? Nehmen wir jetzt mal an, die Wirtschaft wird sogar noch schlechter, dann bedeutet das natürlich auch, wenn die Wirtschaft eben schlechter wird, dass man vielleicht eben sowas kündigt, wo man nicht unbedingt braucht. Und dazu zählt eigentlich Netflix irgendwo. Das sind so die Probleme, die Netflix hat. Also wenn Netflix jetzt hier nicht irgendwie ein neues Geschäftsmodell aufbaut, das sie zum Beispiel einen Gaming-Markt mit erschließt, dann wird es wahrscheinlich ziemlich eng werden, für Netflix hier neue Abonnenten zu gewinnen. Denn irgendwann ist der Markt einfach gesättigt, der ist aufgeteilt, der Markt, und es kommen keine neuen Abonnenten dazu oder nicht mehr in den Umfang, wo man es halt bisher gewohnt war, damit das Wachstum von Netflix weiter nach vorne getragen wird. Das sind so die großen Probleme aktuell bei Netflix. Und Netflix will natürlich dem Gegenwirken, deswegen denkt man eben zum Beispiel an Gaming-Inhalte, oder man will jetzt Abonnenten oder bisherige User, die eben noch keine Abonnenten waren, weil eben Netflix der Account eben mit anderen Leuten geteilt wurde, eben zu eigenen Abos zwingen, mit Anführungszeichen, indem man einfach sagt, okay, der Netflix-Account darf wirklich nur noch von einer Person genutzt werden, kann aber ein zweischneidiges Schwert sein, vielleicht kündigen dann einige Leute, die sagen, das ist mir dann zu teuer, wenn ich das Ganze alleine zahlen muss und nicht mehr mit anderen Leuten teilen kann. Also ich denke, das wird sich irgendwo vermutlich dann aufheben. Aber was ist jetzt das Problem? Das ist irgendwo schon Cashflow bei Netflix. Man sieht, da wird massiv Kohle verbrannt, nach wie vor. Nur eben die Corona-Jahre haben eben Cashflow reingebracht, beziehungsweise den Cashflow hochgehalten. Und die Produktionen sind einfach sehr teuer, gerade wenn man viele Stars haben will in seinen eigenen Serien oder Filmen, dann ist das sehr teuer. Und deswegen verbrennt Netflix immer noch Kohle, obwohl die Zahlen sonst recht gut ausschauen. Was ist jetzt das Problem? Also Netflix muss sich jetzt entscheiden, ob sie weiter Wachstum wollen. Dann sind die hohen KGVs gerechtfertigt. Da müssen sie aber neue Abos gewinnen. Das werden sie aber nicht über das aktuelle Geschäftsmodell erreichen, sondern da müssen sie neue Geschäftsmodelle vielleicht sich... Ein Gedanke ist ja auch unter anderem durch Gewerbung, dass das quersubventioniert wird. Der plant aber auch gerade Amazon, dass sie praktisch werbefinanziert auch was anbieten. Und in dem Markt ist es einfach nicht so, dass the winner takes it all, wie es so schön heißt. Zum Beispiel Facebook ist so einer, der ist der alleinige Platzhirsch und ihm gehört der Markt. Google ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Und Microsoft, gut, Apple gibt es als Nebenbuhler noch, aber eigentlich Microsoft eben der große Platzhirsch. Und da sind die Eintrittsbarrieren einfach deutlich höher. Und beim Streaming-Anbietern sind eben viele Anbieter auf den Markt gekommen, die schon ein großes Geschäftsmodell hatten oder eben artfremde Branchen waren. Und deswegen haben sie eine relativ geringe Eintrittsbarriere beziehungsweise genügend Cash, um hier eben Konkurrenz machen zu können. Und hier wird es am Ende nicht so sein. Also Netflix war zwar der erste große Streaming-Anbieter und sowas wie das Tempo der Streaming-Branche. Aber die Eintrittsbarrieren sind ja einfach zu niedrig. Die können den Markt nicht schützen. Und deswegen wird es da nicht irgendwann mal den einen großen Anbieter geben, der alles hat, sondern es wird da vermutlich immer mehrere Anbieter auf diesem Markt geben. Und deswegen wird es sehr schwierig für Netflix in Zukunft, vor allem eben da die Konkurrenz eben quer subventionieren, sich quer subventionieren kann. Und andere Anbieter sind eben mit Apple TV, Amazon Prime, Sky natürlich auch. Und das ist ein großes Problem. Und Netflix muss sich jetzt entscheiden, ob sie weiter auf Wachstum eben setzen, versuchen trotzdem irgendwie die Abos auszubauen. Oder lieber jetzt sagen, gut, jetzt melken wir endlich mal und wir machen jetzt auf Profit. Und ziehen praktisch das raus, was wir können, bei den bisher bestehenden Abonnenten, beziehungsweise vielleicht sogar rückläufigen Abonnenten. Aktuell schaut übrigens der Markt so aus, wen es noch interessiert, wie das aufgeteilt ist, also Netflix, danach kommt sofort gleich Amazon. Ich tippe mal, Amazon wird Netflix vermutlich in den kommenden Monaten und Quartalen überholen. Dann Disney hat mittlerweile auch, obwohl ja ganz neu ist, eigentlich noch der Streaming-Anbieter, ziemlich großen Marktanteil schon erreicht. Und dann wird der Rest eben aufgeteilt unter einigen namhaften oder weniger namhaften Streaming-Anbietern. Was ist jetzt mein Fazit letztendlich zu dieser Aktie? Ich finde sie auf diesem aktuellen Niveau wieder ganz okay. Warum? Das KGV ist jetzt auf knapp 17, glaube ich, gesunken, wenn man aktuellen Kurs nimmt mit dem prognostizierten Gewinn. Das ist günstiger zum Teil wie die Konkurrenz. Zum Beispiel Disney, glaube ich, müsste irgendwo bei 20 rumstehen. Amazon kann man ja das KGV herziehen, weil die ja andere Geschäftsbereiche noch dabei haben. Von KGV her langsam wirklich wieder interessant. Ist auch das durchschnittliche KGV vom S&P. Deswegen, auf diesem Niveau bietet sich bei Netflix eine Einstiegsgelegenheit. Aber das Problem könnte eben in der Zukunft sein, wenn da nicht irgendwie neue Ideen kommen oder wieder die Abo-Zahl ausgebaut wird. Ja, wo ist da die Fantasie für den Kursanstieg dann? Deswegen, ich denke, auf dem Niveau kann sich Netflix stabilisieren, vielleicht sogar auch wieder leicht steigen. Aber so die Extremkursanstiege, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja, da fehlt jetzt einfach die Fantasie ein bisschen. Und Netflix hat ja extrem hohe Zukunftsvorschusslorbeeren, wenn man es so nimmt. Deswegen waren ja die hohen KGVs okay, weil man gesagt hat, gut, das ist der Braunschirmprimus, das ist der Größte. Das hat ja lange gegolten, aber der Markt hat sich jetzt verändert über die letzten zwei, drei Jahre. Und deswegen muss man das vielleicht mal ein bisschen überdenken. Und deswegen könnte es schwierig werden, dass Netflix wieder die alten Hochs erreicht. Aber mal abwarten. Wie gesagt, für mich aktuell ein Einstieg, aber eher Seitwärtstendenz. Genau, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich wünsche wieder allen einen tollen Tag, eine tolle Woche noch und bis zum nächsten Video.